Was geht ab? Herzlich Willkommen hier auf dem Kanal von Plakos. Heute reden wir über den Mars 2 in Raketenwerfersystemen der Bundeswehr. Und ich habe das Thema ausgewählt, weil es mich persönlich sehr interessiert hat, als ich die Reportage oder beziehungsweise die Berichterstattung genau über dieses Raketenwerfersystem gesehen habe. Und war, ich sag mal, ziemlich überrascht und mega... Sowas kenne ich aus Deutschland nicht. Also ich kenne es nicht, dass es sowas hier gibt und wollte einfach mit euch darüber reden. Und es ist quasi so, dass die deutsche Artillerie der Bundeswehr verfügt jetzt über quasi einen neuen Raketentyp. Typ M31, ja, GMLRS. Das ist eine Hochpräzisionsrakete, ja. Über 84 Kilometer trifft das das Ziel H genau. Und diese Zahl hat mich einfach so 84 Kilometer. Habe ich mir einfach mal bildlich vorgestellt, was in meinem Umkreis 84 Kilometer sind. Und war ziemlich, ziemlich erstaunt, was für eine Reichweite 84 Kilometer sind. Und das fand ich schon heftig. Die waren vor einem Jahr ungefähr, ja gut, vor einem Jahr kann man ungefähr sagen, ja, 2017 im Dezember, waren die in einer Übung in Schweden, meinte ich. Schweden müsste das gewesen sein, richtig genau. Da durften die die Rakete zum allerersten Mal zu Testzwecken einfach mal abfeuern. Und diese Präzision, die ich gesehen habe, war nicht schlecht, ja. Also die können auf jeden Fall zwölf Raketen quasi immer hintereinander wegschießen. Und die treffen einfach sowas von haargenau auf das Ziel, was mich einfach mega, sag ich mal, ja, erstaunt hat. Ja, es gibt natürlich auch viele Raketensysteme, die die Bundeswehr hat. Aber keins, was wirklich so auf 84 Kilometer so präzise trifft, wie es jetzt die neue Rakete macht. Und das fand ich halt einfach heftig, ja. Ich habe mir dazu auch quasi eine kleine Reportage angeguckt auf dem Kanal selber von der Bundeswehr. Und habe mir mal angeguckt, wie das Ganze so vonstatten geht. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Müsst ihr euch auf jeden Fall auch mal anschauen. Einfach oben bei YouTube eingehen, Mars 2 Bundeswehr, dann seht ihr da auf jeden Fall die Reportage. Und das ist auf jeden Fall echt interessant auch, da sind auch Aufnahmen von, sag ich mal, Ultra-Slow-Mo-Aufnahmen. Wo man dann wirklich sieht, die Rakete explodiert ungefähr sieben Meter über dem Boden, ja. Um quasi nicht einzuschlagen, sondern sieben Meter über dem Boden detoniert die quasi. Um umstehende Ziele quasi perfekt zu treffen durch Splitter, wollte ich sagen. Durch Splitter und sonstige kleinen Gegenständen, die dann quasi dahin rumgeworfen werden, sag ich jetzt einfach mal so. Es ist auf jeden Fall mega, mega, mega interessant gewesen, das mal zu sehen. Und auch wie viele Leute quasi wirklich bei einem so einen Abschuss mitwirken. Fand ich auf jeden Fall mega interessant zu sehen. Und auf jeden Fall sollte man, finde ich das ein Waffensystem, was sich auf jeden Fall sehen lassen kann. Also Mars 2 läuft auf jeden Fall. Ja, da hat die Bundeswehr was Gutes gemacht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen interessiert über das neue Raketenwerfersystem der Bundeswehr. Mars 2 ist jetzt nicht wirklich ganz neu, aber ein neuer Raketentyp. Und das fand ich schon sehr interessant. Das wollte ich euch berichten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.